Hallo zusammen, ich bin hier in Lüberbach, es ist morgen um 7 Uhr. Ich bin mit dem Schnutter als Netz-Elektiker, ich bin nervös. Ich darf hier bei der Arnold AG um sich umziehen. Wir sind jetzt hier auf der Baustelle. Wir ziehen heute Kabel. So, wir haben jetzt Kabel gezogen, 350 Meter, 390 Meter. Ich liebe meinen Job, weil wir am einen Tag auf dem Kabelbau tätig sind. Am nächsten Tag sind wir auf der Freileitung in der Höhe. Das Schönste an meiner Arbeit ist, wenn ich am Schluss das Kabel einschalte und alles funktioniert. Also für mich muss er lernen mitzubringen, dass er gerne draussen arbeitet, flexibel ist. Eben, nicht farbelblind darf er sein. Wie habe ich abgeschnitten? Dennis hat heute sehr gut mitgemacht. Es hat Spass gemacht. Ich ziehe mich in den Raum. Ich habe meine Arbeitskleider abgegeben. Mein Tag ist vorbei. Ich habe mega viel gelernt. Es ist ein super spannender Beruf. Ich kann es jeden Moment viel lernen, den Beruf besser kennenzulernen.